Ah, wie ein superschöner Abend. Es ist Schnee am 1. April, wunderbar. Ah, hier ist echt wie los. Guten Tag. Guten Abend hier. Ah, hallo Mr. Ghost. Ah, moin Black. Na, wollen wir das zu so einem Unternehmen? Ja, wenn du willst. Kannst du den Fahrer bitte anrufen? Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab... Ja, warte mal, ich guck mal eben. Ich wollte noch so einer... ich kann mal kurz meine Triff erhören, die er ist, ja. Ja, es ist chaotisch. Es ist zu viel, 1. April. Okay. Ja, okay, bis jetzt. Ja, dann solltet ihr gleich kommen, auf jeden Fall, glaub ich. Ich bin gespannt. Na, wie warst du im Club? Ich bin schon auch geschickt, der sollte eigentlich... Wie warst du im Club, Tequila? Ja, ja, ich hab jetzt das Feierabend. Ja, ich war noch kurz im Kino. Ja, ich hatte... Ich hatte... Spätschicht. Ja. Aber es ist echt... Es ist echt gut für mal Freiheit jetzt. Also, äh... Ist ein bisschen kalt geworden. Warum liegt denn hier eine Ampel auf, weißt du? Ja, es ist halt erst... Ich finde die... Ich finde die Stadt aber auch recht immer und immer komischer, ne? Also, ich bin... Ich glaube, da kommt jemand auf uns zu. Oh, da... guck mal, der ist ja. Hat auch das schon und ich hätte irgendwas... Ja, vielleicht... Okay, naja, ja. Einmal heim zu kurz wenden, glaub ich. Ja. Aber ich fahre da hinten eigentlich... Also, das verstehe ich überhaupt nicht nur. Ja. Ich müsste immer so komisch fahren. Achtung! Okay. Alli, hallo! Hallo! Ja, wir müssen auf die andere Seite. Ja, dann geh ich fahren. Boah. Nein, geh doch nach hinten, oder? Ja, wenn es automatisch vorne geht. Ne, dann musst du halt hinten rum. Geht's nicht mehr? Ah, ne, komm mal, ich rutsche. Ah, du kannst... Wo wollen sie denn hin? Äh... Ja... Holy fucking shit! Ich würd sagen... Wollen wir Zulassung? Ja. Wir haben eine Mission, wir müssen... In... Standort. Ja... Ja, äh... Sag du das. Wer sagt du? Wir müssen auf diesen Berg da vorne. Ja, wir... ja. Auf welchen Berg? Äh, wo es Körlisch ist, aber nördlich davon. Ein bisschen in die Wildnis. Das... äh, fahr einfach mal zum College. Weißt du, wo das ist? Ja, okay. Auf der Straße folgen. Ja. Aber warum haben sie eigentlich Maske auf? Das ist fest wie zu Gast. Auf diese Seite. Aber das College ist auf der anderen Seite. Ah... Ich denke... Ich denke das Navigationsgerät führt das doch irgendwie. Ziemlich gut. Die haben ein bisschen zu wissen, was wir machen. Und wie war dein Abends-Rodrago? Ja, im Kino. Bisschen gelangweilt vom Film. Hab ich das geguckt schon vorher? Welchen Film? Oh, Jesus. Ähm... Das Leben auf... Äh... ... einer Insel. Ich weiß jetzt welcher Name von der Insel. Ich weiß jetzt welcher Name von der Insel. Aber es ist ein cooler Film eigentlich gewesen. Aber es ist ein bisschen schlecht angesetzt gewesen. Ja? Was kostet ihr? 20 Euro. Okay. Popcorn? Ja, also... Nachos? Nachos nicht, leider. Aber Popcorn und Coca-Cola. Groß Popcorn oder? Großes, ja. Nice. Äh... Äh... Also, ich weiß jetzt mal nicht wieder, ob der uns hier umbringen will, aber... Äh... Kleine Abkürzung halt. Alles klar. Geht ein wenig schneller. Ja. Okay, dann vertraue ich dir mal, den Verschiffeur, ne? Die Mauer musst du ersetzen. Welche Mauer? Da war keine. Ich weiß nicht, was es schmeckt ist. Bist du Ego, Drago? Bist du Ego? Also seitdem ich dich getroffen habe, bin ich ein Ego. Aber es ist leider hier drin. Ich schreibe sie aber auch nicht nur verdreckt, ne. Das ist echt schon... Also... Er findet den Weg schon. Aber gutes LED hier, ne? Ja. Ja. Muss ich schon sagen. Sag mal, äh... ... die Limo. 50 Euro. Na, also ich mein, jetzt... Der Wagen ansehe ich. Also nicht Fahrt, sondern... Ach so. Äh, ja, der Wagen ansehe ich. Ja, so... 6000 Euro schon. Was? So... So... So wenig? Ja. Ist das wenig was ich denn gehört? Es ist das... Ja, das ist okay. Aber es liegt jetzt auch an der Ausstattung, ne? Ach... Ja... Das Modell ist doch schon ein bisschen älter, also. Ja, sieht man. Ja, sieht man. Sieht man. Ah, jetzt weiß ich, wo... Was kostet die Fahrt? Wenn man fragen darf. 50 Euro. 50 Euro. So... Das ist ja schon recht viel, ne? Ah, es geht... Ja. So was ist denn Geld geil, oder? Okay, er fährt uns zu den Bullen. Ja, und wir können aussteigen. Komm aussteigen? Du musst... Du musst auch etwas machen, was wir besprochen haben, heute Morgen. Ja, meine ich ja, meine ich. Ja, also machen wir es jetzt, komm. Okay. Wir sind da. Wir sind da? Hä? Das ist kein Berg. Wollten Sie nicht hier hin? Zum Berg! Ah, das ist der Berg, der, der, der Geldberg da drüben. Das Rathaus. Ach, da wollten Sie hin, das ist ja gehört. Ich dachte, die wollten hier hin. Nein. Ah, das ist wahrscheinlich das. Müssen wir aber 30 Euro machen, weil da... ...verfahren jetzt hier so... ...aber ich also... Ja. Ah, das ist wahrscheinlich... ...setzt wahrscheinlich... ...setzt wahrscheinlich... ...setzt wahrscheinlich... ...setzt wahrscheinlich... Ja genau, da steht sogar ein Name. Ja. Das ist der Berg. Ja. Ja. Ja, was? Doch muss doch ein bisschen Geld sein, oder? Ein bisschen Geld. Ein bisschen Money Cash, Alter. Ja, muss schon... ...muss schon sein, also... ...ich mein, wir sind doch an der Kasse, ne? Muss man schon sagen, Gargo. Ja. Endlich. Ja. Kannst du nehmen bis jetzt einen schönen Abend? Ja, Sto, ne? Das Highlight kommt doch noch. Ja. Ich denke... ...ja... ...noch nicht so, aber... ...weil. Also Leute, wenn das... ...wenn euer Abend bis jetzt scheiße war, guckt ihr das Video und da ist es perfekt. Hahaha. 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 Aber wir sollten nicht ein allzu langer filmen. Wünschen sie etwas Radio zu hören? Welches? Was haben sie so? Safe? Ähm... Rock Radio, non stop. Ehhhhh. Mexikanisch. Was? Hahaha. Ne, war da... ...war war da vor? Da war... ...da... Das? Ne, davor. Das? Ne, da war jetzt... Was ist das für eine Scheiße? Das? Ne, 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 ne. Nein. Das? Nein. Ey, so Elektro bisschen. Ein bisschen, ey, weiter. Ne. Das ist jetzt Elektro. Das ist Scheiße. Habt man nicht irgendwie so Rap oder sowas? Guck mal ganz oben. Das hier? Ne, guck mal ganz oben. Das? Ne. Geh mal einfach mal weiter. Geh mal einfach mal weiter. Geh mal fahren sie auch noch, oder? Ja. Ja, das ist ja beschäftigend mit dem Radio. Also ich hab gar keine... Darin könntest du auch Radio. Was ist denn mit dieser Limousine? Bitte ausmachen. Bitte ausmachen. Danke. Ich glaub die Limousine schafft es den Berg hier nicht hoch aus dem Stand. Okay sag mal, was haben sie denn eigentlich hier für Motor drin, Alter? Weil das geht ja gar nicht da rein. Ja, die Reifen sind halt noch Sommer. Zum letzten Sommer. Ich hätte auch gerne einen stärkeren Motor drin gehabt, aber das ist leider nicht möglich. Ach guck mal hier. Schön. DAG, Drago Bastler und... ...Ghost, Zander. Da. So much shit. Abkurs und DG. Nicht wahr? Ja. So ist das ein Drago und Ghost. Ha. Oh. Wie. Das ist die Habe. Oh, die sind Polarlichter, ne? So. Jetzt müssen wir leider noch ein bisschen laufen, aber... ...ja, danke fürs Fahren. Bitte. Immer gerne. Und Ghost? Wollen wir aussteigen schon? Ja, oder? Bist du bereit? Gut. Aber nicht. Das ist eine dringende Mission. Ich weiß was zu tun ist. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich park hier im Modermo. Oh, schön geschmeckt. Oh, die Waffe raus. Jetzt geh mal hin. Und dann machen wir uns. Ja. Ich denke. So. Also. Wir sehen. Haben wir sie... ...gekidnippt. Oh. Professionell. Wie immer. Professionell. Kommen Sie mit uns. Wir brauchen Sie. Lassen Sie auf. Folgen Sie Sie. Drago Basler. Okay. Heute ist der Auto schon, ne? Ja, ich höre. Ich höre. Warten Sie hier. Lange ist er. Wie lang ist er erst? Äh. Hört sich nicht gerade gut an. Da kommt wahrscheinlich. Ja, sie kommen. Schnell, vorwärts. wir sind so unprofessionell können aber nichts machen ich bin direkt auf dem herz und können nichts machen alter das war es komplett die war nicht kurz also kommen wir müssen vorwärts machen los los ja 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 das war es noch weniger zu professionell nicht glückwünschte er hat das ist der gold ich idiot einsteigen einsteigen aber genau ja stehen wir sind abgeriegelt weil wir ich vermisse mich weil wir mich keiner tatort zu lassen meinten sie keine spuren am tatort nur ein wort 31 ich kann nicht fahren es rutscht zu sehr also viel spass noch beim herumsitzen im auto lieber bullen wir sind dann bald zurück mit einem mann weniger hey hallo nicht einfach stoppen man ist ja gut du warst vorher nach dem werk die man es er ist ausgestiegen er ist ausgestiegen ich wusste ein hinteren auto weg ja sicher nein nein er entwischt ja das war's mit ihm das war's mit ihm stecke fest ok ja neues auto neues fruchtauto er ist sowas von schlecht ja warum kann ich nicht reinsteigen was für kack haben wir haben das ist so ja ok hol ihn 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 ich werde mich einnehmen was los ich werde mich wieder aufstecken was machst du mit mir wo ist denn hier hingelaufen der keck Das war doch in der Karte. Der Outlifter, Outlifter, Outlifter! Ich bin Sim! Scheiße, nein! Hände hoch! Ich hab sie im Visier. Okay, ich bleib stehen, ich bleib stehen. Das waren drei Warnschüsse. Zwei zu viel. Das Auto sofort mit ihnen! Nenn nicht da. Hinten. Immer noch hinten, ne? Immer noch hinten. Drago, Fadu. Warte. Ich kann nicht einsteigen. Ist mir auch bewusst. Jetzt. Steigen sie als ein. Ich... Ne, hoch hinten, ne! Ich glaube, ich bin immer! Die Arsch. Eine Billigproduktion für 0,50 Euro. Hinten. Immer noch. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Fadu? Digga, lauf hinten. Hinten. Hallo! Jetzt entscheid dich mal! Hinten. Hinten. Sehr gut. Okay, Vago, fahr schneller. Ja. Ich hab mir genau im Visier, Alter. Wenn der eine falsche Bewegung macht, ne? Digga, der ist tot. Eine falsche Bewegung. Der ist tot. Ja. Mildfinger. Kann ich... Kann ich... Kann ich den Bericht zeigen, Alter. Ist mir sicher, Alter. Ich bin da. Ich bin da. Okay, sehr gut, sehr gut. Schillen sie sich mal ein bisschen. Schnurzern jetzt hier, Alter. Diese Schneestrahlen. Nein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So, und jetzt steigen. Sonst gäbe ich's da gerade. Was soll das? Was machen sie da? Hören Sie mich zu tasern? Auf eines der Buchstaben. Komm es sein. Sofort. 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 Links. 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 Nicht. Das ist andere links. Das ist... Das ist nix Schild. Das andere links. Komm sofort hier. Sofort hier. Sofort hier. Sehr gut. Jetzt. Geradeaus. Los. Ich glaube, ich muss etwas Knallhartes ausrüsten. Nein. Nicht runter. Rechts. Abbiegen. Rechts. Geradeaus. So sollten sie irgendwie einmal... So halten wir den hier eigentlich einfach fest? Nicht abhauen. Stillwerben. Jetzt auf W. Auf W. Sofort auf W. Sofort. Vormarsch. Ich kann einfach nicht irgendwie ihn festhalten. Es geht einfach nicht. Nimm einen Taser. Sofort nach oben. Ich habe keinen Taser. Aber ich habe einen Navi Revolver. Und jetzt stellen sie sich... Ne. Aber das O. Runter! Runter! Sofort runter. Wir werfen ihn einfach über das W. Ja. Geht's hier. Sofort auf das O. Auf das O habe ich gesagt. Jetzt beruhigen sie sich mal. Genau. Kann ich mal treffen können sie. Scheiße. Nächste Sache. So waren sie auch gesagt. Beide los nach oben. Ja. Sehr schön bist du nach oben. Nein. Okay warte jetzt. Pass auf Drago. Jetzt bleiben sie oben stehen. Gehen oben auf das... Was noch, Alter? Okay. Warte, der lebt bestimmt noch. Ich wollte es richtig geil machen, Mann. Ja, der ist nur ein bisschen geworbt worden. Von Scotty. Guck mal wieder zurück, Jan. Schau mal wie viele Leute hier einfach waren. Okay, jetzt gehst du bitte oben. Auf das O wieder. Und fällt sich oben drauf. Auf die mittlere Stufe. Okay. Jetzt kommt sie runter. Jetzt kommt sie runter. Runter habe ich gesagt. Geht doch oben fest. Los. Das kann man nicht sehen, Lord. Oh, Mann. Das hat mir getan. Okay. Okay, jetzt kommt sie wieder hier. Drago, jetzt foltern wir ihn noch. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt foltern wir ihn noch richtig, Alter. Hören Sie bitte auf damit, bitte. Er redet noch normal. Er redet noch normal. Resten wir nicht. Der liegt das hier. Ja, genau. Oh nein. Keine mehr ziehen. Keine mehr ziehen. Wir müssen ja die Spuren verwischen. Wir müssen ja die Spuren verwischen. Wir müssen das Geld aus diesem Tank holen dort. Es hat fast nicht Platz gehabt, aber der Tank hat er noch zu klein. Also alles verbrennen. Auch das Blut hier. Zinand. 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 das war's mit ihnen nein scheiße wir haben eliminiert das geld aus diesem abriss oder cash es könnte irgendwo ja guck mal guck mal nach den ganz es ist immer noch eine 0 euro für diese produktion hier oben hier oben hier muss man drehen ich dreh kurz dann muss man hier noch drücken ich dreh kurz hier auch okay das kann ich auch noch mal gehen gehen noch zack 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 dann muss da jetzt nicht einmal noch diese das letzte fehlende teilt aber jetzt haben wir es vorsichtig unter die vorsicht oder genaue vorsicht runter jetzt brauchen wir ein autodrag der abschluss noch was wir müssen jetzt ja wir müssen abhauen sonst sind wir tot der film hat keine schiebung niemand weiß was er machen ok jetzt ist aber auch ok sprechen wir das das ist eine nukleare bombe ja ich gehe mit dem freilschirm ok weg 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 ja du opfer du hast man kein helikopter gegeben und so das hätte ich auch mal können also bitte wie soll ich ein freilschirm haben wenn du mich immer zwischen den freilschirm zu fliegen ok ich ziehe die bombe in weiß ich nicht dann mach vorwärts jetzt mal nicht hier runter du pisse ich finde ok ich finde ok ja nichts passiert ja ich hoffe es ist doch nicht so klar jetzt ist bestimmt offen oder naja warte mal wir müssen kurz gucken ob da noch ein paar pisse sind äh packte deine kneks äh keks meine ich na guten tag sie kenn ich doch woher denn heißt das nicht ich dachte sie wären in frage kommen sie her sie kleiner besser einer schroti ok jetzt gehen wir mal umgucken jetzt sollten wir alles gut haben achtung ich werde verfolgt töten er ist ein zombie dann wieder weg da ich glaube ich bin ein reicher mensch ich glaube aber leider sind es nur weiße scheine doch da sind ein paar zeichen cool ja ein bisschen geld ist noch nicht tiefgefahren so ja ja wo ist der lieferwagen lieferwagen bitte kommen lieferwagen runter habe ich gesagt die arschloch nein nein was soll das du holst jetzt den lieferwagen du holst jetzt den lieferwagen fass auf ich gebe dir die lieferwagen ich gebe dir die lieferwagen da kommst du hier hin digger weil du bist jetzt für mich unser neuer manager drauf weil ich mich halt einen neuen manager geholt ok so wir haben 30 minuten gleich da scheiß drauf können wir sie überziehen jetzt kommen hier hin manager was bin hier im lieferwagen drin ja ja ich komme ich bin immer noch mal diese 50 wir müssen im zweiten teil viel besser ist mir leid du warst echt ein guter partner aber ja holmfeuer ja hab's trotzdem noch geworfen ich brenne aber nicht wo ist er jetzt park hier park hier mach klappe offen mach klappe offen nein oh ich hab's überlebt okay warte ich hab' mal auskneig steig aus okay drago jetzt jetzt haben wir hier unser ganzes guild verladen und dann wird der jetzt park hier uns gehören alter in a while later okay wir sind voll also dann können wir loslegen ja warte wir müssen noch kurz hier rein auch noch ein paar schein egal es ist voll chauffeur in reise fort ja ich steige ein bin drin nein ich bin rausgefallen scheiße ich glaube wir haben uns verloren wir haben was verloren aber ist jetzt bin ich leider wohl nicht weg nein ich wollte nur drehen okay er fährt aber weg er fährt aber weg er fährt aber weg also meine damen und herren ich bin alleine mit sehr viel geld und ja ich schau jetzt ab tschüss nein 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 ja wenn man halt video beenden möchte das lebe kein sinn mehr alter ich hab' auch verkauft oder ich bin schneller komm jetzt ey was denn ja du bist nicht eingestiegen ja du bist nicht eingestiegen schau jetzt jetzt haben wir halt das Geld also wohin ja geht nach da kommen wir schon so jetzt schnell schnell abhauen ey du Fettsack Gas geben Gas geben Gas geben Gas geben nein 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 Opel Corsair Magasushi Scheiße Alter zurück zurück ins Kino wir wollen noch ein bisschen Popcorn kaufen ja sicher ne wahrscheinlich Hilfe Hilfe nein die Kackzeuger warum fing hier auch das rum Alter was los Haftbomber ich hab noch eine Haftbomber ja sicher Atombomber ja 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 jawoll jetzt schnell umdrehen 3,2,1 jawoll ja ja jetzt hast du dein Geld kaputt gemacht wir leben aber noch scheiß mein Geld alles ansonst alter okay das war das perfekte Ende als nächstes machen wir noch mal so ein Rundspiel aber dann morgen ne heute noch ne ne ich hab keine Zeit mehr du hast meine Zeit schon vier Stunden verplappert also bitte wieso also mein ganzes mal hier 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 warte 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 komm jetzt zu mir 31er haltwarte warte 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 mitivesern Geld Mist, wir haben zu wenig Geld für einen Snack. Was sollen wir jetzt tun? Wir sind überall voll. Piss dich mal da! Ich kann keine Ananas kaufen. Das ist nicht so gut. Was hast du denn jetzt? Warte doch mal, du Knick. Ich warte nicht mehr. So, du warte jetzt. Es geht mal wieder nicht, Digga. Wo ist Drago? Ja, eh Digga. Hier um die Ecke. Komm schon. Alter. Guck mal hier. Es war doch nicht alles umsonst. Wissen du, du Kekst. Da um die Ecke. Guck mal hier, es war doch nicht umsonst. Oh, cool. Kannst du mich verfreien? Das ist nice, oder? Kannst du mich verfreien? Das ist auch so scheiße, Alter. Aua. Danke schön. Du hast mein Leben gerettet. Okay, Alter, das war's von dem Video hier. Ich sag mal wieder nur, wieder schauen und reingehauen. Hau, hör auf. Scheiße. Bye-bye, Leute. Und hau rein. Wiederschauen und reingehauen.